Hi Leute und Willkommen zu einer neuen Folge, diesmal nicht Fortnite, sondern diesmal Clash Royale mit dem lieben Paul, also The Smoke. Wir haben ein Spiel, das du bekommst. Wir haben heute das Spiel wieder mal angefangen, aber unseren alten Account zurückbekommen. Und Leute, wir werden einen Clan aufmachen und da können wir alle reinkommen. Merkst ihr, die haben wir wieder verteilt. Das Spiel wird wieder öffert. Wie sieht die Aber es ist ein Wurzeln, das ist ein Wurzeln. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Ich bin dran! Hau, ich bin dran! Ja, ich bin dran! Haha! Haha! Leute, schreibt noch mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch andere Versionen habt, vielleicht sollte PS4 da, so wie ihr da seid. Let's go! So, jetzt nehmen wir was auf der Winde, so ein bisschen was zu tun. Und jetzt kommen wir noch mal an, wo ich testen kann die Reisinger. Das ist ein bisschen wichtig, dass wir hier also öffnen wollen. Also, ich bin mal ein bisschen Maschinen, wie ich dann hier. Das ist ein bisschen Maschinen. Das ist ein bisschen Maschinen. Das ist ein bisschen Maschinen. Dann sind wir dann hier oben. Also, haben wir jetzt noch ein paar Sachen. Es ist ein bisschen Maschinen. Das ist ein bisschen Entwarn. Musik. Ja. 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 Dem necesit. Ja. Hm. Ja. 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 Das war's für heute. Das ist ein Wettbewerb. Auf geht's! Das war's für heute. Das ist mein Hauptdeck. Mein Anpuffdeck ist das. Das sieht mega geil. Das sieht mega geil.